Du bist Skagfraß, Penner! Ähm, wo ist jetzt Rice? Da. Ähm, wieso kann ich das Ding nicht lenken? Ähm, toll. Hallo! Ach, ich fahre das Ding überhaupt nicht. Na, danke. Hätte ich das vorher gewusst. Ich habe mich als gefragt, wieso fahre ich denn so behindert? Oh nein. Oh, scheiße. Ähm, Hilfe. Hilfe! Oh! Mist! Oh, scheiße. Ja, und hier, unser Typ ist tot, oder was? Das geht aber nicht, den müssen wir retten. Und ich muss... Ah, ich muss erstmal die Waffe wieder wechseln. Ja, danke. Uh, das ist gar nicht so unanstrengend, aber das macht Spaß. Das... Man kriegt halt jetzt gerade nicht so viel mit von der Story. Das finde ich ein bisschen schade, weil alles so hektisch ist im Multiplayer. Aber vielleicht gewöhnen wir uns da ja noch dran. Ah, ich... Stechender Kaktus. Wo ist ein Psycho? Sehr gut. Danke. Komm schon. Komm schon. Komm! Auf jetzt! Alter Schwede! Leck mich am Arsch! Komm schon! Ja, komm, ich helfe dir. Bleib auch stehen, Mann! Und dann nimmt er uns das Geld weg! Ich glaub's ja nicht. Ah, nee, wir kriegen das Geld selbst. Und was ist jetzt? Wir werden... Wir reisen. Cool. Ah, hier, tut mir leid, dass das alles gerade so ein bisschen hektisch ist. Ähm... Es ist gerade gar nicht so einfach. Ich hab das ja selbst die ganze Zeit in der, äh... Singleplayer-Kampagne so langsam angehen lassen. Was denn jetzt? Was zum... Wo sind wir denn jetzt? Jungs? Was war das denn jetzt? Jungs, habt ihr's verkackt, oder was? Eieieiei, eieiei. Ich muss mir wahrscheinlich erst nochmal angucken, wie ich den Multiplayer richtig spiele. Weil so... Och, Jungs, das ist jetzt ein Witz, oder? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Na gut, dann, ähm... Probieren wir das halt nochmal. Wow, die Gegner sind aber viel, viel stärker. Aber geben natürlich auch mehr Erfahrungspunkte. Aber das rockt, also zusammen rockt das auf jeden Fall, ist, äh... Oh, nein, da kommen sie wieder aus den Arschlöchern. Ach, scheiße. Ich muss die Waffe wechseln mal wieder. Äh, ja, die nehmen wir. Ja, leider ist unsere Lieblingsknarre bald leer. Danke. Kann ich hier wieder was verkaufen? Vielleicht, was ich nicht brauche? Ja, kein Problem, mein Freund. Quatsch. So, können wir einsteigen, ja? Ich möchte ehrlich gesagt als Schützenplatz drauf. Ich hab nämlich keinen Bock zu fahren. Jetzt. Komm. Du fährst. Du fährst. Super. Junge! Was ist das denn? Ah, du Idiot. Idioter! Jetzt zähl mal zu und fahr mal richtig. Das kann doch nicht so schwer sein. Nein, gut, ich hab's jetzt auch eben selbst nicht hingekriegt, aber... Das gibt's nicht. Scheiß drauf. Idiot. Ah. So, ich fahr selbst. Das hat ja mit dem Typen da keinen Sinn. Hau ab. Das ist mein Platz jetzt. So. Ich hab drauf geschissen. Fick dich. Du hast zweimal verkackt. Und ich auch. Autsch. Ah ja, okay. Ja. Ja. So, Kumpel. Das geht jetzt so. Ganz ehrlich. Nimmst du Anlauf und dann passt das. So, ist doch nicht schwer. Oh, scheiße. Und? Okay. Okay. Komm. Ja, der hat keinen Bock zu schießen oder was? Nee. Komm. Das find ich cool, dass wir, äh, das Geld auch aufsammeln können, wenn wir, ich sag mal, wenn wir nur drüberfahren. Das ist ganz praktisch. Müssen wir nämlich nicht extra absteigen. Super. Da können wir ja weiter. Das sind ein paar Deppen. Da muss man's einfach selbst machen, damit's endlich klappt, oder was? Komm. Du musst auch schießen. So, wir folgen denen jetzt einfach mal. Wird schon richtig sein. Was gibt's denn hier? Nichts, oder was? Dann gehen wir doch mal zurück. Beziehungsweise hier lang. Oh. Nur ich weiß nicht, wo ich langfahren muss. Probier jetzt einfach mal mein Glück. Und... Oh nein. Oh nein. Das war knapp. Jetzt ab da. Oh nein. Ähm. Meine Waffe. Ach, danke, Mann. Gut, dann können wir ja weiter. Warte, da kommt noch einer. Na, klasse. Ah, unser Schild. Ist der platt? Ja. Der ist weg. Weiter. Das wird doch jetzt wohl mal hinhauen, hä? Was ist das? Ja, nehm mir mit. Das war meine Kumpel. Kannst vergessen. Das ist ja Link. Oh nein. Was? Was hab ich denn jetzt gemacht? Warum wirft er denn die... Vier Medi-Kids. Scheiß Knarre weg. Ja, dann... Ah, ich verstehe. Cool, cool. Das ist anscheinend eine Spezialfähigkeit von der Waffe. Können wir jetzt die Quest endlich abschließen, übrigens? Alter, die sind ja... Kumpel, geht's dir gut? Ein Kamerjäger. Hätte gar nicht gedacht, dass ich so wie Action-Wert bin. Einer dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen. Ohne Ene, Sanctuary wäre los. Und wo? Ja, gut. Ja. Schade. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hätt's so gewollt. Machen wir. Wie es aussieht, hast du einen Gebietswegpunkt. Manchmal kann dein Echogerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Doch such das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Mini-Karte markiert ist. Alles klar. Alles klar. Ich versuch's, wenn ich hier hochkomme. Na, das können wir nicht öffnen, schade. Hey, cool. Komm mal ab. Oh nein, unsere Internetverbindung ist weg. Nein! Unsere Internetverbindung! Ah, das hab ich gelesen. Leider ist das hier eine Art, äh... Na, ich sag nicht Bug, aber... Leider sind die Server doch noch ein bisschen buggy. Gut, ja, dann... Ja, weil die Verbindung zum Hostab gebrochen ist. Schade. Okay, aber dann sind wir ja schon mal ein bisschen bei dir. Ihr habt gesehen, dass Reese tot ist. Leider, unser Soldat, den wir hätten retten sollen. Gut, okay. Dann würde ich sagen, geht's einfach im nächsten Part direkt weiter. Ihr seht das ja dann gleich. Ich muss ja das nur rendern und ihr könnt einfach nur einen Klick weitermachen. Gut, bis dahin. Ja, was sagt man da? Schönen Abend. Oder eher gesagt, schönen kurzen Moment, wenn ihr den Part weiterguckt. Und ich werde, äh, nur als, äh, kleine Info, das werdet ihr wahrscheinlich sowieso sehen, aber ich werde das jetzt direkt, also direkt mit dem zweiten oder weiteren Part dann hochladen. Sprich, den Part hier, die Aufnahme, die ich gerade gemacht habe und dann damit es weitergeht. Ist halt blöd, dass wir jetzt, oder wenn jetzt die Story kurz abgebrochen wird wegen einem Server-Server-Problem. Wäre halt, wäre halt irgendwie unfair, deswegen werde ich so lange warten, bis beide hochgeladen sind und dann beide gleichzeitig freischalten. Ist halt nur für euch, äh, positiv, nett. Ich bin halt nett zu euch. Sagen wir es einfach mal so. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Oder, wie gesagt, einen schönen Moment. Macht's gut. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.